Hallo! Besser spät als nie. Ich habe hier den Gewinner vom zweiten Adventsgewinn-Spiel. Gucken wir doch mal nach. Jens Hoffmann. Herzlichen Glückwunsch, Jens. Wäre gut, wenn du dich bei mir meldest, damit ich dir deinen Gewinn zuschicken kann. Ja, was wollte ich noch sagen? Achso, morgen gibt es wieder ein neues Gewinn-Spiel zum dritten Advent. Und da könnt ihr wieder alle fleißig mitmachen. Und mit Glück gewinnen. Bis dann!